Also ich finde es lange cool, dass wir so viel machen, dass wir Wanderern kommen, dass wir sehr viel Essen kriegen und ich würde es definitiv weiter empfehlen. An einem typischen Jungscharalltag beginnt der Morgen. Als erstes da schon mal ruf. Wir werden um 7.35 Uhr direkt von den Leitern. Vollstücken, voll lecker und wir bilden vor dem Essen. Hier gibt es die Andacht und deswegen haben wir Lieder. Wir werden um 7.35 Uhr direkt von den Leitern. Wir werden um 8.35 Uhr direkt von den Leitern. Wir werden um 8.35 Uhr direkt von den Leitern. Wir werden um 8.35 Uhr direkt von den Leitern. Und nach dem Andacht gibt es die Zeltzeit. Und danach haben wir Mittagerstag. Und dann gibt es Mittagspause, wo wir meistens Mafia spielen. Und zum Nachmittag machen wir Sachen. Und dann haben wir Spielzeit. Wir werden um 8.30 Uhr direkt von den Leitern. Wir werden um 9.35 Uhr direkt von den Leitern. Ich werde nie dahin nehmen. Das spielen wir, Fallspiel. Ich finde es im Jugendverlager richtig cool, also ich bin aber sehr gerne da, es macht viel Spaß, man lernt auch viel über Gott und so, man unternerbt viel und ich freue mich auf einen großen Wandertag. Und aufs Moorbad. Ja, das freuen wir euch. Danke wieder. Ich finde es einfach richtig cool in der Jungschar, wir sind jetzt gerade bei Norbert. Ich habe vor allem viel Neues über Gott und Jesus gelernt. Dann kommt der Auerbach. Dann gibt es Abendessen. Dann macht man Duell. Dann singen wir ein paar Lieder und dann kommt das Theater. Und dann geht man ein Zeil putzen und dann geht man ins Zelt und müssen schlafen. Und dann geht's. 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 Ich freue mich aufs nächste Mal. Tschau!